schönen guten tag liebe leute zu minecrafts infinity folge nummer 46 mit den hawker und dem parker wir zusammen die nodien bezwinger die saugenden nodien bezwinger wir sind die schlechter des schwarzen loches die schlechter des bösen willens herzlich willkommen zu dieser folge wusstest du vorher was du sagen willst es ist 15 uhr gemerkt gut ich brauche noch so ein beutel den her also ich habe mein bruder gerade in haugans gegeben denn er hat ja sein verloren was richtig cool ist danke dafür erstmal kein ding kein ding so ich kenne das rezept aber nicht mehr ganz so gut ich glaube das waren zwei diamanten wo wir gar keine die haben wir glaube ich oben oben haben wir noch welche ja doch ich glaube schon wenn dann haben wir hast du hier schon alle rausgenommen nein hier ist noch einer hier ist gar nichts mehr unten habe ich gar keinen gesehen aber ich habe keine rausgenommen und so ist schon alles geschichte ich brauche ich brauche noch einen ich brauche noch einen jemand weiß noch und einen habe ich noch bei mir hat es gerade geleckt also ich habe nicht geleckt aber wird geleckt ohne ck mit einem großen äh hatten wir nicht schafe wir haben nur ein schaf ja wir haben nur ein schaf warum haben wir nur ein schaf nein wir haben zwei schafe wir haben ich habe ein schwarzes gefunden ja so ist das nochmal einen schwarzen schafe ich brauche aber noch wolle ich auch deswegen ich brauche schnell viel wolle für meinen rucksack ich brauche auch schnell viel wolle für meinen rucksack ha 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 ich habe jetzt ich habe meine abgegeben das heißt ich kriege meinen zuerst hast du eine schere ja habe ich mitgenommen das problem ist nur wir haben zu wenig schafe ja kein thema hast du eine portugan japp kannst du kannst du hier mal ein ding machen ja dann muss ich das portal dahinter weg machen dann muss man ja laufen weil ich war hier hinten hin zu die schafen ist noch ganz viele irgendwo welche rum hier sind scharfe naja da wo unsere alte basis ist was einmal welche alte basis wir haben noch schon mal in diesem baum gelebt ich komme ich kann das erst in dem erdloch gelebt niemals ich sehe hier ein schaf aber es ist schon geschoren ja bleib einfach da ich komme gleich mit der ganzen wälder und nach vorne sind es gut okay hast du da käse aber warum legt denn das jetzt hier so kann wir das mal jemanden sorgen das hatte ich wie gesagt auch gerade oh lol jetzt war es so schnell als ich und ich habe jetzt den rechner neu gestartet ich habe zehn mal wolle reicht es ich brauche vier ich auch welchen rucksack dazu machen will den endermann ne aber den muss ich auch noch machen scheiße dann brauche ich sogar noch mehr da brauche ich glaube ich sechs ich wollte das meiners und das wolfen backpack wieder haben das meiners und das was was ist das andere diggers backpack genau das nervt mich gerade mit dem lag ich verstehe das nicht wie gesagt ich habe meinen rechner neu gestartet dann ging es wieder manchmal so das gefühl wenn wir so um die sieben acht folgen aufgezeichnet haben dass es dann anfängt läglich zu werden ich bin manchmal so freien ein paar ja 13 frame genau sowas hatte ich auch gerade zwölf frames sechs frames total nervig tut mir echt leid also da müsste mich entschuldigen ich habe keine ahnung was ich werde gleich nach der folge meine festplatte aufräumen dann passt das also ich wollte meine halt mal schnell kurz so ein bisschen defragmentieren damit ich wieder einen zusammenhängenden freien speicher habe aber da hat es mir gesagt es dauert über zwei stunden und dann dachte ich mir okay probierst erst mal einen rechner neu zu starten ich würde sagen das hat aber auch gut funktioniert ja ich würde sagen das geht so nicht dann cutten wir eine stelle mit die wir jetzt zusammen okay das machen ja dann machen wir das ihr werdet nicht so lange warten müssen aber wir wir werden jetzt erst mal cutten und dann schneiden wir gleich ab wie ich komme noch zur basis ich habe keine lust zu stehen da steht irgendwas auf dem baum was ist das denn steht ein mensch auf dem baum steht auf dem baum ja komm mal hier zu mir auf dem baum auf unserem baum steht ein mensch ja ich bin unterwegs ich sehe dich ich sehe unseren baum ich habe gerade angeschossen ich sehe ihn ja lassen halter stehen tut doch kein was tut doch kein was lass ihn da jetzt ist er tot was war das hat er fallen lassen roten flash hat er fallen lassen wie ein zombie nie erlebt gut ich gehe schnell nach oben dann würde ich sagen brechen ab okay ich mache pause ja okay hi liebe leute da sind wir wieder zurück ja ich bin auch gleich da mein aufnahmeprogramm ist noch gar nicht an ja das kann man schon mal vergessen ich musste nämlich im pc gerade neu starten aber naja was du willst da ist er zack eröffnen schließen so mein kraft und hi liebe leute da sind wir wieder zurück von mir aus ja hockend weiter geht's und der hockend als ich meine pc nicht erstattet habe es müssen losgeraten hat blumen gesammelt oder das ziemlich geil und ja komm und hat dabei meinen alten spawner gefunden ihr werdet es vielleicht noch kennen den habe ich hier gerade rausgerissen ich bin ja gerade im f1 modus der war hier drinnen hier war der erste strom an die wir gesehen haben den habe ich hier liegen lassen aber habe keinen weg gemacht ich habe den immer gesucht aber nie weiter gefunden und wir haben ja schon seit ewigkeiten ein sledspanner gesucht und jetzt haben wir einen das finde ich mal richtig mega geil das heißt wir können jetzt effektiv witter farben nicht nur witter sondern auch die knochen davon und die köpfe und das ist ein großer schritt den haben wir gesucht wir sind ja auch auf dem ziel los gewesen zum beispiel auch im spawner zu finden jetzt brauchen wir nur noch die zwei anderen grafik also die platten konstruktionsdruckplatten brauchen noch die zielium oder wie die es heißt und was war das andere silizium meinst du oder was ja silizium ja auf jeden fall brauchen wir die noch und dann ja dann können wir noch das ding mit dem karmelsin kult da hinten machen ich würde dann eckig anfangen mit meinen mit meinen destillation von der von den essenzen und wollen wir direkt im netter werden und hinterplacieren was wollen wir am netter den spawner passieren direkt welchen spawner na den den wither spawner den wither spawner ich würde sagen ich werde da gleich eine direkte falle bauen für wither skelette meinst du ja wenn ich ihn hier schon hab dann mache ich das auch gleich oder soll ich ihn hier sonst hinstellen so jetzt gucke ich mal ob ich die richtige ender pouch gecraftet habe natürlich nicht scheiße geht jetzt ins glatt von unser haustier ach die chest ist white 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 was ist das denn für ein grafischer bug ist deine ender pouch auch white 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 ist deine ender pouch dein rucksack ist der weiß ja gestehen was du meinst ja das aber bei mir auf dem monitor sah das aus als wäre das ding grau also habe ich graue wolle genommen jetzt habe ich eine graue tasche natürlich nicht sehr clever weil aber du weißt ja dass wir weiße genommen haben das war sicher ich war mir nicht mehr ganz sicher aber 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 ich für 18 mal weiße wolle ja das problem ist das problem ist jetzt hat das ding schon eine andere farbe gucken ob wir es irgendwie weiß kriegen wie färbt man denn diese teile da ist meine enderbeute zack eine farbe die kann man die kann man im nachhinein auch färben scheiße ich habe vergessen wie neun ist gut da machen wir uns immer noch ein grauen haben wir zwei verschiedene das nicht auch eine möglichkeit das war früher mal ganz einfach wird doch viel cooler wenn wir dann noch dann haben wir noch mehr beute komm ich habe ich habe zwei ring ruhen ringe drauf und wenn ich zwei habe dann kommen diese partikel manchmal nur zur hälfte ok ok ich habe ich habe ich glaube ich weiß wie du auch einen ruhen ring haben ich weiß nicht ob wir das bringen willst du ihn haben warte mal yes jawoll einen ruhen ring ja gib mal her so einen ring dann hast du auch noch einen schönen herzen herzen was für herzen nur kommt bei dir kommt nichts darf nicht mal mir kommt der ruhenschutz ok jetzt aber wieder weg ist seltsam dann hast du das ist halt kein magier ne das ist ja kein echter magier würde ich auch gar nicht sein okay wir haben jetzt einiges vor eigentlich ne ja aber was soll's ich will jetzt unbedingt gummi haben wir gummi wir haben doch bestimmt ganz viel gummi irgendwo oder ich glaube wir hatten mal sowas in der art ach ich brauchte einen extraktor von industrialcraft damit ich der gummi verdreifachen kann liebe leute wir wollten ja eigentlich was ganz anders machen bevor wir über eine note gestolpert sind können wir können wir da fortfahren können wir das bitte tun können wir uns darum kümmern geht das ja wir wollten ich weiß was wir machen wollten aber ich habe ja du bist doch gerade hier rumgerannt also ich habe mir was anderes gesucht ja jetzt habe ich alles was ich brauche ich habe mich nur vorbereitet dann packe ich mein rezept schon mal oben rein also meine elf retzern ja ja wobei ich jetzt ja ich bin fertig gut kann man wo ist unser portal eigentlich hin unsere portale sind weg unsere portale sind weg nein wir müssen laufen ich mach mal eins rechts ist immer zu hause machst du es bitte ein stück höher danke ja wollte ich auch ich kann nicht reingehen ja geht ja auch nicht wir haben kein gegenportal dazu das ist echt krass dass die einfach abgehauen sind aber wann keine ahnung so wo müssen wir hinlaufen guck mal hier im untergrund ist auch noch ein audio wollen wir da hingehen nein ich bin jetzt ein bisschen gestraft bei diesen dingern gibst du eigentlich mit der für die schuld ja echt jetzt ja du wolltest da unbedingt hin ohne blumen okay aber du wolltest auch unbedingt runter als du die mine gesehen hast ja egal ich mein wir haben ja jetzt so ziemlich alles wieder die beutel haben wir neu gemacht ähm die paar blumen die weg sind hab ich zwischendurch gesammelt im off die drei goldenen äpfel sind halt weg die rüstung ist halt weg so jetzt legt es gerade bei mir okay weiter geht es und ähm alles andere mein gott das kriegen wir schon wieder zusammen okay es hätte schlimmer kommen können alter du bist ja ganz weit hinten so weit hinten bin ich gar nicht zack wollte ja Lichtsignal das muss für dich bestimmt noch richtig spektakulär aussehen wenn ich zauber oder? naja was? äh es begeistert mich total ich schieß auf was anderes warum treffe ich dich nicht weil ich was sagen aber dann hab ich halt auch getroffen sooo dumme ist man kann mit dem bogen nicht richtig gut anvisieren also man kann nicht anvisieren und dann gleichzeitig schießen der schießt ja dann automatisch au 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 lass die scheiße ich glaub der hat bestimmt ich hab zwei herzen du Affe warte warte ich okay lass kommen komm doch mal mach doch mal hin jetzt ach man mhm hier ist auch noch eine Nodie viel spaß beim auseinandernehmen dieser Nodie das kannst du mal schön alleine machen da ist ein wüstentempel nein echt hier ist ein slime wie kommt der da hin? er ist aus meinem Dings gespawnt das geht? aus meiner Schaufel gespawnt findest du gar nicht dass sowas geht? weil du Slime drauf hast oder was? weil ich meine Schaufel unter anderem aus Slime gemacht habe ja das ist ja merkwürdig das ist eigentlich ganz schön gewährlich das ist eigentlich ziemlich lustig aber eigentlich schon ja guck da ist nämlich auch eine richtig dunkle Nodie drinnen in dem wüstentempel wenn man mal Slimes braucht das kann ich mich gar nicht mehr erinnern sind wir echt so weit gelaufen ja doch doch klar wir haben ja die ganze Scheiße gemacht bis hier hin und noch viel viel weiter hallo echt Zeit für meinen Grabenfokus damit ich eigentlich mal graben kann mit allem mit dem ganzen Stock so weißt du halt wie ich mein? nö das ist so ein grüner Strahl damit kann ich alles mögliche abbauen ach ja den kenn ich find ich eigentlich auch ganz cool ganz nötlich so unterwegs vor allem kannst du später auch verzaubern dass er stärker wird dass er auf Glück verzaubert ist auf Behutsamkeit oder weiß ich was alles das find ich dann wieder schon richtig cool ich hab Öl gefunden ja ich auch und eine fliegende blaue Insel ja die hab ich ja schon markiert glaub ich ne weiß ich nicht glaub schon ja hab ich aber ich hab sie nicht an gerade für die die sich das fragen helfe ich Markierung ich habe Markierung ich sehe gar nichts mach die meisten Markierung aus weil ich hab keinen Block hier so viele Striche im Bild gesehen so jetzt leg ich mir hier außen rum das ist noch ne Not hier das ist noch ne Not hier Entschuldigung Leute aber wenn ich so ne Ohrs sehe dann muss ich einfach zuschlagen oh das ist noch ne schöne Not hier mit Aqua und Terra ach Quatt Terra und Ignis so die werd später irgendwann an allen vorbeilaufen und die einsammeln einfach lass ich sie viel sehen oder die einfach alle mit zu uns nach Hause bringen und damit und damit Zauberstäbe aufladen damit meine ich doch einsammeln Menschen achso ok mach sag das doch na einsammeln oder mit nach Hause nehmen na einsammeln klingt so einsammeln klingt so wie kaputt machen und die Essenzen rausklauen naja das ist ja wohl nicht so ein Ding was ach ich weiß nicht auch dass ich ich blöd man ich kann mit meinem mit meinem Kleever gar keinen anderen mehr töten weil da ist Verbrennung drauf na ja das geht wohl nicht na ok dann hätten wir gleich ein Ender mitnehmen sollen guck mal hier ist ein großes Loch ja guck mal hier ist dunkle Erde vielleicht sollten wir da mal runter gehen ist das da hinten ist der Kammelsin cool äh uh ja da ist er da sind gar keine mehr ach schade wui ich lauf direkt an einem Creeper vorbei das witzige ist ich glaub der war genauso überrascht davon mich zu sehen wie ich ihn zu sehen ok warte mal wo war denn jetzt denn aber der Krater den ich gesehen hab der ist direkt vor uns vor uns ist ein Krater ja genau den meinte ich der Kammelsin cool ist leider schon leer ist echt schade das ist wirklich doof ja da hab ich gerne mal was draus gemacht ich auch guck mal da hinten ist unser Portal gewesen da wo es hinten leuchtet hier ist noch eine Nodier überm Wasser Alter wie viele Nodier man hier sieht da ist eine Nodier die hier so ein bisschen leuchtet da laufen gerade Zombies auf mich zu da 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 wow vorsicht laber da hab ich gesehen oh pfff boom nur dein Wasser ich hab kein Wasser also wenn ich mein äh Schwert machen kann dann mach ich dir auch eins wenn du möchtest dann kannst du das als Fallabbremser benutzen hier ist dein ähm Meteorit guck mal nach oben so guck mal nach oben da ist ein Baum ich hab nix gesehen da ist ein Baum da ist ein Baum da ist schwebend Wetter im Luft achso ja das seh ich ok dann kannst du dir den abbauen boah das dauert aber oh man echt jetzt warte warte ich bin da ich bin da ich bin da ich war grad bei 90% ok runter ich mach den schon Spasto nicht mitbuddeln vielleicht 70 80 90 und Einstein 30 40 50 60 70 80 90 und noch Einstein ne ich glaub nicht dass es schneller geht aber ich bin schon bei der chest inscriber kalkulation und engineering hab ich cool ich weiß jetzt nicht ob wir den schon haben aber cool ich wollte so sagen wir weiter gehts Richtung Westen oder Westen Richtung Westen ah hier ist die guck mal hier ist die 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 ravine die weißt schon wo die ganzen ostern sind unsere coole ravine ravine ach die schlucht die schlucht genau das ist eine schlucht hallo schlucht schlucht hallo liebe leute willkommen zurück bei unserer schluchte das ist schlucht tv in dieser schlucht wird geschlucht ich hab hier ne ich hab kein emerald dabei aber du kannst krass was ist denn das hier sehr übel ähm du kannst aber mit dem cleaver enderman töten aber wenn er brennt doch nicht das muss nur der letzte schlag sein ja da hättens wieder einer greifst dreimal mit dem mit irgendwas anderem an und mit dem den letzten machst du mit dem cleaver werdet nämlich geht zwar auch nicht richtig gut aber ich versuch's mal dann kriegst du wahrscheinlich nen kopf alter wie wie stark er schießt also du musst dich schon ein bisschen höher schießen äh ist gerade hinter uns einer gespawnd ja hast du ähm nen ender dabei was nen ender? ne ich hab gar nix dabei nur ein normales schwert verdäm ich da ja okay der zieht schon direkt weg so wie sieht na egal da renne ich mal äh oh hier ist er und ich glaube der ist stinkig ja ich kann ihn auch nicht richtig gut retten vorsicht den zweiten zombie hab ich gekillt so jetzt versuch ich den enderman wieder zu sehen ja der sind da hinten glaub ich wo hat der sich hin teleportiert was komm hier runter mlg siehst du ihn? siehst du ihn? ring ich komm schon ich komm gleich da hehehe teamwork guck mal krieg 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 wasser oh 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 halbes herz ah das ist dein ernst? der hat das hoch im Kopf oh nein setzt mal bitte das portal dahin das blaue ich bin schon dabei okay an da kannst vorsicht böser kaktus genau der war schuld echt? ja todesursache kaktus todesursache kaktus da äh kann man bitte kurz mit dem excavation hierher kommen hallo schnell wo bist du denn? hier hier ich denke in der treibe treib Szent ich bin der links geht doch Fünf, ich bin da kräft mich an und mein Kopfkuppel guckt nur noch aus. Lass uns weiterlaufen, ich fände mich fast wie ist der. Ich bin schon dabei. Fünf, ein, vier, so. Was willst du denn, du Scheißi? Komm doch. Hau können wir ein bisschen ärgern. Nein. Hör doch mal auf mich zu ärgern. Such dir was anderes zum Ärgern. Jedes Mal willst du mich ärgern. Ey, Spinnax. Warum willst du immer mich ärgern? Weil hier keine Ahnung rumlaufen. Such mir bald einen eigenen Baum. Lustiger wäre es ja, wenn ich dich hochnehmen könnte. Zum Glück geht das nicht mehr, weil früher hat das mal funktioniert, wenn ich mich nicht irre. Das war cool, dann kann ich dich irgendwo hochpacken, oder? Dann braucht man es nie wieder hochkramt. Ich denke, das hat auf den Servern nur zu Streit geführt. Ja, bestimmt. Vor allem, konnte man auch mit der Porta Gun die Sachen auch durch die Gegend schießen? Ja. Das kann man immer noch, wenn man ein bisschen schneller hat, so. Dann kannst du die Sachen hochheben und wegschmeißen. Pass auf. Sei es hier. Eigentlich ist er ein bisschen schneller? Oder? Nein. Nein, nein. Seht ihr das? Gib mir mal die Porta Gun, bitte. Hä? Hä? Der kommt wohl nie wieder runter. Gib mir doch mal das Ding. Wie war denn das eben? Mit links klick. Bei dir rechts klick. Hast du ein Problem, einen Stein zu werfen? Das sieht echt witzig aus, was du da machst. Ach, übrigens, ich glaube, die 20 Minuten sind langsam rum. In 18? Ja, zusammen mit dem ersten Teil der Folge. Ach, stimmt. Ja, okay. Ja, wenn ich zu schleudern geht das schon. So, dann würde ich sagen, war mir eine Freude, euch hier zu sehen. Mir auch, ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Die Folge war jetzt ungefähr 24 Minuten. Ne, 2 Minuten, glaube ich. Genau. Wir sind uns in der nächsten. Haut da rein, Jungs. Haut da rein.